Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um ein weiteres Großkapitel sozusagen. Wir wollen damit anfangen und zwar mit Partikelsystemen. Und ja, ich möchte euch ganz kurz ein sozusagen fertiges Partikelsystem mal vorstellen. Könnt ihr finden unter dem Starter Content Particles und dann habt ihr hier einige coole Partikelsysteme. Ich zeige euch einfach mal kurz die Explosion, wobei die ist eigentlich relativ, naja, sie ist nicht so cool, weil man tatsächlich, wenn man sie reinzieht, sieht man nicht so viel, weil dann schon alles vorbei ist. Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen hierher. So, wir sehen hier Feuer und dieses Feuer ist natürlich hier, ja, es verändert sich, wie sich Feuer halt eigentlich verändert. Es ist eine Animation, das heißt, es verändert sich über die Zeit automatisch und es ist nicht einfach nur so ein Material, sondern ihr seht es hier, dieses Feuer hat erstmal Rauch, dann hat es Flammen und diese Flammen verändern sich wirklich dreidimensional. Und das ist der große Unterschied zu Partikeln. Also wir sehen hier wirklich, das ist dreidimensional und sieht echt verdammt gut aus. Und solche Partikelsysteme wollen wir in den zukünftigen oder in den nächsten paar Videos jetzt kreieren. Ich weiß, viele von euch wünschen sich immer noch sehr, sehr stark C++ Unreal Engine. Keine Sorge, das kommt noch. Keine Sorge. Ähm, das Ding ist, dass ihr selbst solche Sachen hier nicht mit C++ machen wollt, glaubt mir. Ähm, denn, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht mit C++, denn solche Dinge hier erstellt man sich eigentlich in einem Partikelsystemeditor, den wir hier jetzt auch benutzen werden und nicht mit Code. Also sowas mit Code zu erstellen ist etwas arg umständlich, vor allem weil man nichts sieht. Genauso wie Materials, die werdet ihr immer hier in diesem Visual Editor erstellen. Ihr werdet auch dieses Level Design und alles, werdet ihr weiter in dem Visual Editor erstellen. Nur eben solche Sachen wie Blueprints oder sowas, also tatsächlich Funktionalität, das werdet ihr höchstwahrscheinlich dann mit C++ machen wollen. Und das kommt alles noch. Aber wie gesagt, solche Dinge hier wie Partikelsysteme werdet ihr trotzdem weiterhin hier genauso machen, wie wir es jetzt eben auch machen. So, ähm, wir wollen uns jetzt also selber ein Partikelsystem erstellen. Ich lasse das hier trotzdem mal drin. Ne, ich lasse es nicht drin. Ähm, und zwar gehen wir dazu wieder mal in den Ordner My Content. Ihr seht, hier haben wir immer noch diese ganzen Materials von den letzten paar Malen. Wir gehen jetzt hier in diese Ecke. Oh, da ist ja noch ein bisschen Platz. Ähm, kann man nachher was hinmachen, was vielleicht leuchtet oder so. Genau. Und, ähm, erstellen dort mit Rechtsklick und Partikelsystem ein neues Partikelsystem. Und das ist eigentlich wirklich alles, was wir brauchen. Ich nenne das jetzt auch New Partikelsystem. So, und dann sehen wir einen neuen Editor. Und das ist jetzt sozusagen, ähm, der Partikelsystemeditor. Ein Standard Partikel Emitter. Also ein, ähm, Emitter ist immer was, was was abliefert. Also was abgibt sozusagen. Das heißt, hier werden diese komischen, ähm, naja, was auch immer das sein soll. Ähm, die Dinger werden abgegeben. Und die haben eine gewisse Lebenszeit. Das ist die Lifetime. Sie haben eine gewisse Größe. Sie haben eine gewisse Geschwindigkeit und Richtung. Das ist die Velocity. Und sie haben eine Farbe über den Lebens, äh, über die Lebenszeit. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, einzelne ausstelle, dann sehen wir hier, wenn sie keine Velocity haben, haben sie weder eine Richtung, noch haben sie irgendwie einen Sinn und einen Zweck im Leben. Und, äh, sterben sozusagen dort, wo wir sie, äh, ja, wo wir sie spawnen lassen. Das heißt, ohne Velocity passiert erstmal gar nichts. Ähm, da habt ihr einfach ein statisches Ding, was nichts macht. Und das heißt, die Velocity ist dafür verantwortlich, dass die Dinger sich bewegen. So, und jetzt haben wir aber natürlich nicht für jedes Partikel dieselbe Velocity. Manche gehen ein bisschen mehr nach links, manche ein bisschen mehr nach rechts. Manche leben vielleicht ein bisschen länger. Und das wird alles über sogenannte Distributions gehandelt. Das sind diese Distributionen, das sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Jetzt solltet ihr euch vielleicht mal ganz kurz in meine Wahrscheinlichkeitstheorie-Serie reinlesen oder reinhören oder reinschauen oder whatever. Ähm, gibt es bei mir natürlich auf dem Kanal und, äh, ja, dürfte klar sein. Ähm, wir haben hier Distribution Vector Uniform. Das bedeutet so viel wie eine gleich verteilte, äh, Verteilung haben wir hier. Wir können aber auch das Ganze als Kurve modellieren. Wir können es, ja, wir können verschiedene Parameter einstellen. Wir können hier sagen, okay, wir, ähm, also diese Dinger hier sind jetzt gleich verteilt. Ein paar gehen halt nach links, ein paar gehen nach rechts. Wir können jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, Mensch, wir wollen, ähm, dass X maximal, ähm, vielleicht was anderes sein kann. Also X ist in dem Fall diese rote Achse hier. Das heißt, wenn wir hier dieses X hochstellen, dann geht das immer noch ein bisschen mehr nach links. Und jetzt sehen wir hier, die Teile sind immer noch gleich verteilt. Das heißt, ähm, der maximale Wert für nach links ist jetzt halt 100. Das heißt, er ist deutlich mehr nach links als nach rechts. Nach rechts haben wir nämlich nur minus 10. Also nach rechts ist quasi eine negative Achse, muss man sich erst dran gewöhnen. Ist, äh, ein bisschen komisch, aber ist halt tatsächlich so. Ähm, und ja, wir haben jetzt hier immer noch gleich verteilt zwischen dem Wert 100 nach links, also 100, und nach rechts dann, ähm, eben minus 10. Und das ist ein Wert, oder eine Differenz von 110 insgesamt. Das heißt, es wird zwischen diesen 110 Werten hier gleich verteilt. Das heißt, die Dinger kommen irgendwo hier zwischen 100 raus und zwischen minus 10. So, und selbiges kann ich jetzt natürlich noch für Y machen. Y geht nach vorne. Da haben wir jetzt hier gerade keine Möglichkeit, das zu sehen. So, jetzt sehen wir, ähm, ich mach mal ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt die Y-Richtung. Jetzt gucken wir quasi von der nächsten Achse drauf. Ähm, das kann ich natürlich jetzt hier immer noch genauso machen. Und die Z-Richtung ist die nach oben. Ich mach das mal wieder so, wie es am Anfang war. So ist jetzt die X-Richtung. Und die Z-Achse ist quasi die Achse nach oben. Das heißt, hier werden die Dinger auch mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit gespawnt, sozusagen. Und hier kann ich jetzt natürlich auch hergehen und kann sagen, hey, ich möchte vielleicht, äh, 500 haben. Dann bluppen manche ganz weit nach oben, wie ein paar Seifenblasen. Aber andere, wir sehen es hier, bei 50 sind immer noch ein paar da, die nicht wirklich weit gehen. Also zum Beispiel das Ding hier, das spawnt nur ganz, ganz leicht. Also mit wenig Geschwindigkeit nach oben. Das ist, Achtung, das ist die Geschwindigkeit, nicht wirklich, ähm, wie weit sie dann tatsächlich gehen. Äh, die Dinger haben einfach eine feste Geschwindigkeit. Und wie weit sie dann gehen, ist wiederum von einer anderen Wahrscheinlichkeitsverteilung abhängig. Nämlich von unserer Lifetime. Und hier sehen wir, ähm, Distribution Float Uniform. Das heißt, wir haben hier eine, ähm, zufällige Lebenszeit von eben 1,0 bis 1,0. Naja, also leben sie exakt eine Sekunde und nicht weniger und nicht mehr. Denn wenn wir zwischen 1 und 1 versuchen, eine gleichverteilte Wahrscheinlichkeit zu finden, dann werden wir wahrscheinlich meistens bei 1,0 rauskommen. In manchen Fällen vielleicht bei 0,999999, in manchen anderen Fällen bei 1,00001, aber, ähm, normalerweise bei 1,0. So, das heißt, wir können jetzt hier vielleicht ein bisschen rumspielen. Und zwar, manche von den Dingern lassen wir einfach früher sterben, weil wir gerne brutal sind. Und das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Teiler, die schon früher sterben. Und wir sehen hier auch wirklich ein paar sterben, schon sehr, sehr früh. Während andere eben erst sehr viel später sterben. Also wir sehen, jetzt gehen sie wirklich sehr weit raus. Und andere sterben sehr viel früher. Blopp, hier sind gerade ein paar gestorben, obwohl sie gerade erst rausgekommen sind. Und andere schweben nach halber Ewigkeit hier nach oben. Also 1,5 Sekunden im Endeffekt. Äh, ist keine halbe Ewigkeit, aber okay. Okay, so, äh, und das sind diese, naja, wichtigsten Dinge erst mal. Die anderen möchte ich jetzt hier noch gar nicht behandeln. Da werden wir auch noch drüber reden. Ich möchte euch aber noch ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar wollen wir natürlich nicht, ups, äh, wollen wir natürlich nicht immer nur einen Partikel-Emitter haben. Sondern wir wollen vielleicht einen, äh, zweiten Partikel-Emitter haben. Und das können wir so oft machen, wie wir wollen. Okay, wir können aber auch dann wieder eben hier einen Emitter löschen und einen weiteren Emitter löschen. Ähm, das heißt, wir können hier so viele, wie wir wollen, kombinieren. Und wir werden uns jetzt mal ganz kurz im Feuer umsehen. Ähm, klar, man kann auch hier sagen, na, nicht doppelklicken. Ähm, man kann auch hier sich einstellen, was dann eben tatsächlich hier rauskommen soll. Man hat hier haufenweise Einstellungen. Man kann noch weitere Module hinzufügen, eben auch hier rüber. Also zum Beispiel irgendwas über die Beschleunigung, über die Farbe, über irgendwelche Events oder sowas. Was, wenn man drüber fliegt oder sowas. Irgendwelche Größen, ähm, also man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Und, ähm, ja, wir wollen uns das Ganze jetzt noch kurz beim Feuer angucken. Da habe ich nämlich schon mal was, also, das ist bei euch auch schon drin. Und da kann man sehr, sehr schön verschiedene Emitter in Aktion sehen. So, wir haben hier jetzt also ein bisschen Feuer. Was das alles genau macht, könnt ihr euch gerne mal selber angucken. Wir haben hier sehr, sehr viele Emitter. Und wir sehen hier Sparks, heißt so viel wie Leuchten, Embers. Äh, jetzt sollte man Englisch können, ne. Ähm, Distortion ist irgendwie, ja. Wir gucken uns jetzt einfach mal ganz kurz die Dinge an. Und zwar kann man hier umstellen zwischen S und Haken. Wenn ich jetzt auf S gehe, dann sehen wir, ist nur die Flamme an. Das bedeutet so viel wie Solo. Das ist wirklich nur allein dieser Flammeneffekt. Aber wir sehen natürlich, da ist eigentlich noch mehr dabei. Dieses Rauch. Seht ihr diese Rauchwolke da? Wenn ich auf Solo gehe, ist die weg. Das ist ein anderer Partikel-Emitter. Die werden also kurzzeitig ausgeschalten. Das ist super zum Debuggen, damit man einzelne Partikel angucken kann. Wenn ich jetzt hier auf Haken gehe, beziehungsweise den Haken rausmache, dann sehen wir, ähm, wird das Ding hier nicht mehr angezeigt. Das ist jetzt tatsächlich ein anderer. Ich kann jetzt den auch noch rausmachen. Dann sehen wir, es werden gar keine Flammen mehr angezeigt. Wir haben hier sozusagen zwei Flames-Partikel-Emitter. Einer, der so ein bisschen hier auf einer Stelle bleibt. Und der andere, der eher, ähm, ein bisschen, ja okay, sie sind beide sehr, sehr ähnlich. Kann man nicht wirklich gut einen Unterschied erkennen. Aber damit könnt ihr einzelne Emitter ausstellen. Wie gesagt, zum Debuggen und zum Selbstmachen. Und, ähm, ja, das ist auch sehr nützlich. So, und jetzt noch zu was anderem. Wir sehen auch die Anzahl von Partikeln, die emittiert werden. Hier sehen wir, oben ist eine 7 angegeben. Ups, ähm, und, ja, äh, hier sehen wir auch, diese 7 finden wir hier unten wieder. Und da sehen wir aber, es sind nicht immer 7. Es sind maximal 7 Flammen auf einmal. Ähm, das liegt daran, wie wir eben hier zum Beispiel diese Lifetime einstellen. Das heißt, wie lange diese Dinger eben leben können. Wie viele auf einmal spawnen. Das heißt, wie viele eben hier beim Spawn eingetragen sind. Konstant 5 Stück bei uns jetzt in dem Fall. Ähm, wie viele Flammen da also auf einmal leben, sozusagen. Und wie viele dann durch diese, ähm, durch diese Lifetime eben auch maximal kommen können. Bei uns können jetzt maximal 7 Stück kommen, weil wir hier eben beim Spawn eben 5 als Konstante eingestellt haben. Und eine Lifetime von 0,7 bis 1,0. Und, ähm, eben durch diese Gleichverteilung können dann bis zu 7 Flammen kommen. Scheinbar. Hm, okay. Ähm, macht nichts. Auf jeden Fall kann man sich da errechnen lassen, wie viele maximal kommen können. Das ist das hier oben. Wir sehen hier, davon können maximal 50 kommen, was auch immer das ist. Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ah, da sind diese kleinen, äh, Leuchtflämmchen da. Ähm, während bei den Flammen eben nur 7 kommen können. Und hier sehen wir dann, wie viele tatsächlich rauskommen. Und hier sehen wir plötzlich, dass wir auch zwischen 48 und 64 immer mal wieder ganz gerne rumschwanken. Das heißt, nicht nur 50. Offensichtlich ist das nicht das Maximum. Habe ich gerade Schluss erzählt. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man hier dann die tatsächliche Anzahl von den Dingern sehen. Ja, und das ist erstmal das Wichtigste, was wir brauchen. Wir werden uns jetzt in den nächsten paar Videos hiermit beschäftigen. Ähm, das sollte nur so als kleine Einführung dienen. Ihr seht, der Editor hier ist relativ komplex. Ich möchte euch noch ganz kurz hier dieses Restart und dieses Restart Sim zeigen. Ähm, aber an einem anderen Beispiel. Wir sehen hier, bumm, Explosion. So, und jetzt ist weg. Wie debuge ich das Ding jetzt? Naja, es geht quasi immer wieder von vorne los, aber unten steht, wenn ihr mal kurz aufpasst, completed. Das heißt, diese Animation ist erstmal abgelaufen und das ist, glaube ich, ähm, die Shockwave gewesen hier. Die wir hier so rund gesehen haben. Das ist ziemlich witzig eigentlich, was da alles rein zählt. Während der Fireball, der ist was komplett anderes. Und, ähm, ja. Wir können aber jederzeit auch diese, ähm, diese Simulation neu starten. Auf Knopfdruck sozusagen. Während Restart Level eben das ganze Ding neu startet. Okay. Ähm, ja. Das als kleine Einführung. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Ihr habt jetzt Bock auf Partikel-Emitter, äh, Emitter. Denn ich hab, als ich das erste Mal davon gehört hab, oh, musste ich sofort irgendwie an Dragon Age denken und berechnende Blutpartikel oder was auch immer die da in ihrer, ähm, in ihrer Demo drin hatten. Und ich fand das damals mega geil. Und ja, das muss ich hier natürlich auch irgendwie, ähm, muss ich irgendwie hier auch widerspiegeln, dass ich Partikel-Emitteren irgendwie echt cool finde. Aber Achtung, die Dinger brauchen sehr, sehr viel Renderzeit, weil das sind, wie gesagt, hier mehrere hundert Partikel. Also, je nachdem, wie viele Explosionen ihr habt, sind das sehr, sehr viele Partikel, die hier gespawnt werden. Und die müssen natürlich alle irgendwie auch berechnet werden. Die sind anstrengend für die Grafikkarte. Das heißt, nicht allzu viele, ähm, von diesen Partikel-Emittern benutzen vielleicht keine Milliarden von Partikeln, ähm, aber es können schon ein paar dabei sein. Okay, das war's von meiner Seite jetzt wirklich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!